Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge Batman Arkham Knight. Wir waren ja das letzte Mal mit dieser kryptischen Botschaft vom Riddler zurückgelassen worden, der die gute Catwoman da in dem, äh, oh, Moment, erst mal zuhören. Ähm, in dem Jugendheim, Waisenhaus, das Wort hab ich gesucht, äh, in dem Waisenhaus finden wir Catwoman. Deswegen begeben wir uns doch da mal rüber. Abwechert. Hm, ein grüner Suchscheinwerfer. Schön. Ist da auch ein Fragezeichen drauf? Hm. Klasse. Ja, dann wollen wir uns die doch mal vornehmen und den Riddler-Typen natürlich für den Schluss aufheben. Und gute Nacht. Perfekt Free Flow. Riddler hat Catwoman. Sag mir, warum. Hm, hm. Ja, ich weiß nicht was. Ich versuche. Ich habe sie in der Mitte gelegt. Hm, hm. Warum? Welche Riddler-Trophäen haben? Ich habe keine Ahnung. Ich habe sie hier einfach gebracht und habe hier ein paar Trophäen geplant. Das ist es. Du musst mir glauben. Ich glaube. Ja. Sehr schön. Dann machen wir noch ein paar Riddler-Trophäen. Lass mich raten. Die müssen wir sammeln, bevor wir... Der Mann, der die Show läuft. Arkham Knight. Hm. Da hören wir uns später... rein. Kommen jetzt wieder so schöne... Geisel-Befreiungs-Missionen wie in Arkham City. Catwoman... Sieht auf jeden Fall schon mal sehr danach aus. Oh, Pinckney Orphanage. Und jetzt wird hinter mir die Tür zugehen. Batman? Das hätte besser dir sein können. Und du hätte besser sorry sein können. Ja, ja, keine Bange. Ja, ja, keine Bange. Perfekt. 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 Wir sind weg. Du kannst sein, aber ich bin nicht. Ah! Beide Contestanten sind endlich hier. Heute, folks, wir haben Riddler-Galord. Aber erst, lass mich meine wunderschöne Unterstützung. Ja. Sehr schön. Catwoman. Legen wir los. Oh, in Coop. Das ist ja besonders schön. Na komm, Batman. Ah, da wechselt man dann noch den Charakter. Das lässt sich auf dem laufenden Kampf machen. Das ist ja mega geil. Das ist ja noch mal extra nice. Und tschüss. Richtig geil, muss ich mal sagen. Also, das gefällt mir. Was hat sie denn für ein Halsband? Ah, da hat er ja toll gereimt. Wie der Joker persönlich. Nicht schweißen, Dark Knight. Du hast ja schon eine Herausforderung gemacht. Also, wir sehen, wie lange es dauert, für dich einen Rennungsstart zu einem Stumble und Fall. Geh den römerführenden Roadster und gehst auf den Chinatown, Detective. Dein zweites Test ist wunderschön. Chinatown ist wunderschön. Na, wir sind gespannt. Ich werde bald wieder zurück. Du wirst sofort wieder zurück. Leute wie Eddie lassen mich sein, bis ich anfangen habe, mit dem Baten zu spielen. Sie darf nicht raus. Patience Catwoman, Patience! Ich bin so begeistert, was hinter der Tür ist, als du sie öffnest. Aber alles in guter Zeit. Alles in guter Zeit. Hm, hören wir mal zu, was sie noch hier zusammen hat. Oh Gott. Darauf fällt sie rein. Ja. Hm. 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 Okay, er kann auch nicht da durch. intro to physics ist auch zu dann ist wahrscheinlich zugemauert gibt mir irgendwas die tür ist auch zu ja okay dann ja dann müssen wir wieder raus er ist ganz schön fies ich liebe ihn ich würde sagen wir bringen erst mal die brücke runter und sammeln das batmobil für diese seite ein das werden wir bestimmt noch brauchen so dann wollen wir jetzt mal uns ein bisschen durch die stadt schwingen wie der der freundlich neben dem spiderman erstaunlich übrigens dass sie noch keine stanley cameo in dc werke eingebaut haben das wäre doch super lustig sowie scheldens tolle idee mit der mit dem stanley autogramm auf dem batman comic und ich bin erstaunt ich bin erstaunt dass also wie soll ich sagen wie superhelden mittlerweile so quasi doch extrem bekannt geworden sind teilweise also wenn ich daran denke zum beispiel wie als ich klein war da kannte doch keine sau mighty thor oder so da war iron man quasi schon geheimwissen die sehe ich auf dem radar das wusste ich bereits aber danke schön dass das so eine automatische abwehrfunktion quasi hat dass man da nicht lange anbeziehen muss zumindest nicht wirklich wieso haben die denn keine sensor keine sensorfunktion hier kommt das noch war das noch nicht geplant skandalös alpha target so zerlegen wir erstmal ein paar davon würde ich sagen das macht es uns später leichter wir wollen ja nicht dass uns hier äh zu viel feuerkraft entgegensteht wenn wir später zurückkommen denn wir könnten ein bisschen mehr gerettet haben ähm 31 ja wir wissen ja ok das reicht mir jetzt aber erstmal jetzt geht es denn diesen koop kampf würde ich gerne noch häufiger haben die mission ist ja noch da das wollen wir uns ansehen ganz schnell alle umhauen dann haben wir auch kein problem mit den schusswaffen gar nicht erst dazu kommen lassen dass die oh dass die wieder dass die wieder die waffen aufheben wollte ich sagen bam so ins gesicht und damit hätten wir den nächsten feuerwehrmann gerettet ganz schön müssen wir da da grafik nach ladefail thank you i thought i was dead for sure it was animals mhm what do you remember about the attack the chief hat is heading back into the city search for civilians he said we won't leaving anyone behind and then from nowhere this fireball or something that slammed into us mr blackdown next thing i know one of these psychos is stubbing a cigarette out on me schön found the others what about the chief i'm still looking wait here i'll arrange for you to be taken to safety mach das mal seit wann liegt gotham eigentlich auf einer insel beziehungsweise seit wann besteht es aus mehreren inseln wo können wir uns hier denn günstig hochziehen dass wir schön manövrieren können so level up sechs punkte hm ich hatte doch da irgendwas was ich eventuell geholt haben wollte ach ich glaube der grapnel boost ist erstmal das sinnvollste das ist wahrscheinlich bei war das das? ja komm für sechs punkte können wir noch ein bisschen höher fliegen das wird für schnelle fliegen nützlich sein den wollen wir natürlich jetzt direkt mal testen ja komm schieß uns so richtig schön in die er ja in den himmel äh äh aber mir fällt gerade auf da wollen wir natürlich das wollen wir natürlich nicht äh liegen lassen so von wegen badmobile braucht doch keiner ja 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 ich glaube ich habe noch nie ich habe noch nie noch nie noch nie Der schießt ganz schön schlecht. Au. Na komm, vermöbel sie ordentlich. Au, wieso vergesse ich das immer? Hallo, schlag zu. Ich erinnere nichts, ich erinnere nichts. Dein Fahrzeug wurde attackiert. Du und der Rest von deiner Krupp wurden von Riotern verabschiedet. Es ist vorbei, Batman. Nichtsdestotrotz kannst du Gottam this time retten. Ach, da wäre ich mir noch nicht so sicher. Solange ich mir diese Rüstung nicht mehr, äh, diese Jacke nicht mehr ansehen muss, ist alles okay. Ja, ich weiß es doch jetzt. Dass er den Text jedes Mal sagen muss, ist ja schon fast wieder nervig. So, da unten. Hat er da ein Problem mit Batman und dergleichen? Na, da müssen wir wieder mal mit dem Auto... Ich will hier am Dings ziehen, würde ich sagen. Die Wand einreißen oder so. War das schon alles? Einfach nur hier quasi die Tür öffnen. Balancing Act. Noch ein Rennen oder was? Natürlich. Eine kleine Trinkpause während er redet. Er hat echten, äh, äh, er hat ein leichtes Minderwertigkeitskomplex-Problem. Aber, wie gesagt, mein Favorit. Sorry, dass ich übrigens jetzt gerade so still bin im Vergleich zu den Folgen vorher. Ich meine, ich weiß gar nicht, ob man so merkt, wie sehr ich die in einem Rutsch aufnehme. Aber, ich bin etwas müde langsam schon und es ist auch schon relativ spät. Ein Spiel so elegantly simpel, dass auch du sogar ein fehliges Gras für die Prüfung machen solltest. You must provide power to this board, Detective. Hm, das wollen wir uns ansehen. Steht da? Bleib doch mal stehen, blödes Fahrzeug. Brauchen wir dazu vielleicht erst neues Equipment? Wir fahren da mal. Aber es wird ja wahrscheinlich nicht aus umsonster Balancing Act drüber gestanden haben. Okay, das war's nicht. Versuch war's immerhin wert. Nein, ich glaube, das geht. Moment. Ah, okay. Ich hab's durchschaut. Ich muss erstmal einen Moment aufzunehmen. Wieso das denn? Dann mach's dir doch nicht schwieriger, als es ist. So, jetzt stellst du dich hier drauf. So, jetzt kannst du die Remote benutzen. Oh, hey, das ja gar keinen Sinn hergeben. Auch wenn der Tipp von dem Riddler ein bisschen zu offensichtlich war, leider. Das ist nicht nur ein Test der Intelligenz, Dark Knight. Es ist ein Test der Skills. Ja, kriegen wir hin. Verdammt. So, natürlich nicht. Hm, was passiert denn, wenn das Batmobile... Okay, dann steigt er einfach ein. Blöd. Für uns jetzt. Total, das heißt, wir müssen da wieder rüber. Okay, das ist ein bisschen fummelig. Und ich muss mir merken, welchen Zustand quasi der Schalter gerade hat. Okay, so ist es. So ist es aus. Bam. Hat geklappt. Schön. Ja, er sollte wirklich Stuntman werden. Genau, in der Tat. Ja, auf jeden Fall. Hm, was kommt jetzt? Hm, das ist interessant. Moment mal, kurz orientieren. Hm, das müsste das Richtige sein. Das müsste das Richtige sein. Ich habe mich ein bisschen verängstigt. Natürlich nicht. Okay, er gibt es einen mit der Peitsche. Ja, dann lasst mich auch da durchgehen. Äh, ja, aber damit haben... Damit haben wir ja... Okay, das würde jetzt wieder eine unglaubliche Reise bedeuten. Deshalb würde ich sagen, ähm, wir werden jetzt erstmal uns wieder verabschieden für heute. Und in der nächsten Folge dann mit Catwoman das weiter erforschen. Und ich sage dafür erstmal, bis zum nächsten Mal. Und danke fürs Zuschauen. Tschüss. Tschüss.